ja hallo ihr lieben das ist schon mal ein paar therapeute youtuber offensichtlich beziehungs coach content ersteller und so weiter und so weiter und hier mal wieder ein schönes video das offensichtliche übersehen wenn du auf fragen stellst kannst du wollen formell auf liebeschiff.de machen und morgen fangen wir die beliebten kurse selbstliebe challenge und manifestation stellen schon wenn du meine arbeit mal kennenlernen willst super gelegenheit pack die links sind noch mal drunter sie gehen ja immer ja alle zwei bis drei monate los und morgens halt wieder ein start ansonsten genau hätten wir noch ein zwei plätze beim bootcamp in hamburg und bei dieser meditationsgeschichte genau findest du alles auf die bishop ja also nachricht von rotschowskopf und er schreibt hallo christian ich habe meine ex eine latina aus argentinien über eine dating app kennengelernt waren insgesamt ein paar jahre zusammen das letzte halbe jahr lief nicht gut und auf ihrerseits ja und auf heißt eigentlich letztlich immer nicht kompatibel bombs egal wie man sich das schön redet es passt einfach nicht es passt nicht es passt nicht das passt nicht und am ende hat es nicht gereicht ich habe in diesem halben jahr sehr viele federn gelassen war stets bemüht den kontakt aufrecht zu erhalten zum beispiel war ich dauerhaft auf whatsapp blockiert und sie antwortete nur noch per sms also schrieben wir weiter sms was sagt das wohl über diese frau oder über euren kontakt aus wenn sie dich auf whatsapp blockiert und ihr in einer beziehung seit nichts gutes würde ich mal sagen also mit welchem anderen menschen würdest du das akzeptieren dass sie ja dass sie sich blockiert hallo ist extrem unfreundschaftliches verhalten und das mache ich so ein bisschen jetzt auch jetzt nicht gar nicht kritisch gemeint sondern das ist halt so wenn man irgendwie meint es wäre die heißes heißt der heißeste kicks auf der torte irgendwie so dass man es ganz offensichtlich übersieht es ist einfach komplett illoyales verhalten ist bis zum anschlag und ja das ist ein grund geben wird warum auch immer was das für vorteile für sie bringt aber es ist nichts gutes so für dich sie antwortete mir noch bei sms also schrieb mir weiter sms telefonanrufe meinerseits blieben zu 95 prozent erfolglos what the fuck wo sind deine standards mach meine kurse modul 0 modul 1 standards definieren die breaker definieren auch das eigentlich ich weiß wie das ist also wie gesagt ist überhaupt keine kritik aber auch das ist das offensichtliche übersehen sie ist nicht also die top qualität in der frau für einen mann ist loyalität so und loyalität und emotionale verfügbarkeit ist natürlich vielleicht andersrum genauso aber ich kann euch männern nur sagen loyalität 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 verfügbarkeit alles andere gerade wenn die attraktive frauen datet resip for disaster so was jetzt nicht heißt dass alle attraktiven frauen so werden eben nicht aber ihr versucht die halt die auszusortieren die nicht loyal sind so und man sollte es auch nicht bewerten weil mein gott wenn man vielleicht gilt für männer glaube ich auch immer einfach extrem attraktiv ist immer natürlich andauernd angehauen und ja da muss man erst mal so die power haben ja damit gut umgehen zu können aber sowas wollte suchen das muss man auch nicht bewerten sondern man versucht es einfach selber herzustellen für sich so gut es geht wenn man so weit ist und das dann auch im anderen zu finden also sie ging nicht ran und rief mich nie an auch das wieder und seine freige standards wie gut sah sie denn aus man echt oder was was hast du dann sie rein projiziert dass du das bieten lässt sie ging nicht ran und rief ihn bei mir an kam auch nie vorbei obwohl wir zusammenziehen wollten ja das tut richtig weh bin an solchen momenten in denen sie böse sms schrieb zu ihr gefahren und wir sprachen von angesichts an sich miteinander versöhnten uns hatten sex und alles ging gut ja das ist wie gesagt ich will es jetzt nicht bewerten das ein muster was diese frau fährt dass sie dich aus welchen gründen auch immer vermute mal sie genießt diese aufmerksamkeit von dir aber ja sie will halt keine gleichrangige beziehung mit dir führen und ist einfach nicht interessiert dran und ist natürlich nicht so nett ne aber du machst das ja auch mit ne von daher würde ich mir da jetzt über sie auch keinen kopf mehr machen offensichtlich war sie nicht girlfriend material sag ich mal so und ja munter putzen abhaken käppi richten weiter geht's irgendwie ne das wird ja zu sagen aber die blockade auf whatsapp blieb das ging bestimmt zehnmal so streits wegen niedrigkeiten wurden angezettelt zum beispiel zu schnelles gehen meinerseits empfand sie respektlos tagelange schweigebehandlung ja sorry was total krasse mail auch das wo sind deine standards sie ist als lernerfahrung und sei stolzer das nächste mal wirklich dass ich nicht so dass ich nicht auf so eine sache ein egal wie heute die frau ist ja standard immer wichtiger so ja und ist natürlich das typische toxische muster love bombing kritik abschluss aber ich würde daraus mittlerweile würde ich wirklich sagen ich würde daraus nicht so viel deuten sondern mit einfach akzeptieren es ist wie es ist irgendwie sie ist so und ja tut mir nicht gut und wird nächstes mal viel früher anfangen standard zu definieren da wirst du auch gar nichts in solche sachen reinkommen ich habe so ein kindergarten verhalten bewusst nicht unterstützt und war stets bemüht deskalierend zu agieren ja deskalieren ist natürlich immer gut aber du hast also hast entweder nicht genügend standards was ja nicht schlimm ist da arbeiten wir alle dran oder du hast sie nicht kommuniziert oder nicht 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 daran gehalten also kindergarten gesagt mache sein dass du sagt dass das kindergarten verhalten aber warum gehst du in kindergarten werden sie wollte dann kurz vor schluss mein handy haben und nach frauenbildern durchsuchen das ist würde ich mal sagen ohne sie zu können zu 98 prozent projektion und ja weiß ich nicht will dir jetzt keinen mindfuck in den kopf setzen aber würde ich mich als erstes fragen was ist denn auf ihrem handy los aber es bringt jetzt nichts in so ein mindfuck zu gehen lass das einfach los und versuche auch nicht in so eine wut zu gehen sondern setzt das einfach konstruktiv um hey sowas will ich nicht mehr war eine krasse lernerfahrung für mich weiterziehen fertig nicht mehr daran festhängen im nachhinein interpretiere ich diese geste als projektion ihrerseits sie hat dann verkürzt wirklich schluss gemacht und nämlich am übernächsten tag in einer nachricht geschrieben dass sie seit gestern mit einem anderen schreiben würde den sie auf der besagten dating app kennengelernt habe und dass ich immer wieder bei ihr gemeldet habe und sie aber ignoriert habe weil sie kein interesse gehabt habe und nur einen tag später waren sie angeblich zusammen ja ich will ja jetzt nichts unterstellen aber ich meine das ganze verhalten ist halt nicht sehr würde ich mal sagen ist nicht was man haben würde jetzt jungs hast jetzt mal ganz neutral und ja ich denke schon dass das jemand ist der nicht allein sein will kann und vielleicht ist ja einfach langweilig nach einer gewissen zeit und dann und ob sie den jetzt ein arm feuer aufgegabelt hat oder früher manche gehen ja auch gar nicht das ist immer das problem mit dating apps dass manche dann einfach gar nicht runter geben dann einfach drauf weil das schöne schön für aufmerksamkeit sorgt aber ich weiß es nicht letztes jahr egal du wirst es nicht rauskriegen und ist ja auch schon ein schon genug vorher passiert von daher wozu das jetzt noch so das ist ja dass jemand zwei jahre einer frau schreibt ohne eine antwort zu hören dass er wohl ein schlechter scherz doch das machen leute doch und aber ob das jetzt stimmt offensichtlich ist ja nicht so mega ehrlich wie es aussieht wie es das jetzt nicht heißt dass ich lügen unterstelle ich kenne sie nicht aber ich meine das ist einfach alles also sorry bis hierhin ist das schon so muss gar nichts mehr dazu kommen einfach sucht jemand anders echt bilde mir nur mir ein dass ich von anfang an zweigleisig gefahren sein könnte und es muss nicht sein also ich weiß man kriegt das kopfkino nach solchen beziehungen muss aber nicht sein es bringt jetzt auch nichts aber er macht natürlich keinen guten eindruck für sich verhalten dazu aber wie gesagt wenig in kindergarten was darf man von so einem menschen halten mein vertrauen und so weiter schüttert dass ich überlegt habe das handy meiner zukünftigen partnerin nach einer probezeit aus versehen im see zu verlieren wie dann ein neues handy inklusive neue handynummer zu schenken erst der falsche ansatz date eine neue loyale frau irgendwie so und was noch mal von ihr denken ja wie gesagt sie ist kann ich gesagt ich finde es immer schwierig so ist jetzt deine sichtweise hat sie eine andere das zu bewerten aber offensichtlich war sie keinen girlfriend material so ne und ich weiß nicht wie alt ihr jetzt seid klingt so ein bisschen so als wenn ihr eher jünger seid weil da macht man manchmal so einen quatsch und beziehungsweise auch bei ihr dass man so spielchen spielt wie es ja aussieht aber lernt raus was ist los denk nicht mal so viel über sie nach was sie gemacht hat oder nicht gemacht hat und mann er zieht deine standards an ne so also wenn dich jemand nicht anruft und dich auf whatsapp blockt das ist willst du mit dieser frau nicht zusammen sein so einfach ist es manchmal und dann gleichzeitig so schwer sonst wären wir ja nicht hier in diesem sinne macht die fucking kurse und wir sehen uns jetzt mal aus wir sehen uns live auf youtube am samstag um 18 uhr wenn ihr wollt in diesem sinne bis bald bis zum nächsten mal aus